Wenn der Patient eine Zahnarztpraxis betritt, hat er normalerweise irgendein Problem. Diesen Problemen gehen wir auf den Grund. Wir sind durch die moderne Kalkanstechnik in der Lage, viele dieser Probleme zu lösen, indem wir durch 3D-Techniken Aufnahmen von den Defekten machen und diese Defekte auffüllen können mit Kronen, Inlays, Brücken. Die neuesten Kalkanstechniken erlaubt es, modernen Zahnärzten Zahnersatz in kurzer Zeit herzustellen. Der Zahnarzt hat eine 3D-Kamera und in dieser 3D-Kamera wird ein Bild erzeugt von den Zähnen. Anhand dieses 3D-Bildes wird der Zahn rekonstruiert. Dieser rekonstruierte Zahn wird aus einem Rohling in einer CNC-Fräse hergestellt, wird im Mund farblich kurz angepasst und wird dann im Ofen gebrannt und kann nach einer kurzen Zeit eingesetzt werden. Der Zahn ist sofort belastbar und der Patient braucht keinen zweiten Termin. Die Lebensdauer dieser Arbeiten, die ja aus hochwertiger Keramik hergestellt werden, für Kronen, Brücken oder Inlays, ist vergleichbar mit den von laborgefertigten Arbeiten. Der Unterschied von laborgefertigten Arbeiten ist einfach so, dass diese Materialien meistens dort gepresst werden und dass der Zahnarzt, der mit Cut-Kam arbeitet, diese Materialien ausfresst. Die drei Hauptvorteile dieser Technik sind aus Patientensicht, die wir immer wieder hören, der Patient braucht keinen Abdruck mehr, er hat kein Provisorium mehr und er geht an dem gleichen Tag mit dem fertigen Ergebnis nach Hause, was sofort belastbar ist. Was nicht nur für uns, sondern auch für unsere Patienten, gerade diese Angstpatienten, eine gute Sache ist, dass wir den Patienten in einer Sitzung perfekt versorgen können. Er braucht nicht wiederkommen mit dem Gefühl, ach, jetzt geht das schon wieder los, sondern der Patient ist in einer Sitzung perfekt versorgt. Die Kosten für eine solche Behandlung setzen sich aus zwei Teilen zusammen. Der Eigenanteil und den Anteil, den die Krankenkasse bezahlt. Insgesamt sind die Kosten aber nicht höher als von einem konventionellen Fremdlabor. Die Kosten für ein kleineres Fremdlabor. Die Kosten für eine solche Behandlung setzen sich aus einer Sitzung professionelle Fremdlabor. Das war es sehr, sehr, sehr gut. Die Kosten für eine solche Behandlung setzen sich aus einer Sitzung. Deine Sitzung wird das.